Wenn die Leute an Bademode denken, denken sie an Brasilien. Fabiola Molina fing hauptsächlich mit Performance-Badeanzügen an und hat sich dann in Richtung Strandmode entwickelt. Als Sportlerin war mir der Zeitfaktor schon immer extrem wichtig. Ein Unternehmen, in dem Zeit eine wesentliche Rolle spielt, schnelle Abläufe einhält und pünktlich liefert, entspricht deshalb perfekt unserer eigenen Philosophie. Wir wissen, dass wir uns weiterhin auf großes Wachstumspotenzial freuen dürfen und dass wir auf die Unterstützung von FedEx zählen können, uns an fast jeden Ort dieser Welt zu bringen. Vielen Dank.